Gut, dann bringen wir ihn erst zurück. Den Gefangenen aufs Revier zu bringen, hat oberste Priorität. Ich habe ihn, der ist im Coedron. Alle drohen offline. Oh, Schandels ist er wach. Oh, Schandels ist er. Gerade als ich dachte, schon alles gesehen zu haben. Wird er wieder werden? Körperlich, ja. Wo ist Francine? Wo ist sie? Sie ist tot, Kirk. Nein! Ich kann es. Ich habe... Was habe ich getan? Das Serum hat sie verändert. Sie haben die Kontrolle verloren. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Mein liebster Prinz. Mein liebster Prinz. Oh, er tut mir leid. Er hat mein Mitleid. So. Drei Kategorien sind voll. Was möchte man denn dann noch machen? Kasch sagte, es wäre seine. also theoretisch gehört alles hier das kann man nicht abstreiten 67 prozent schon besser wird kuscheliger hier drin der pinguin hält nightwing im gebäude in otisberg gefangen halte durch dick das autonomeinheit im cauldron verloren Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Oh Scheiße, ihr klebt da los! Dragon offline! Cash, die Drohnen auf Bleak Island sind neutralisiert. Gute Arbeit, Batman. Haben wir das Hecken begonnen, Master Bruce. Panzer unterwegs, Sir. Mit Flugdrohnen zur Unterstützung. Ja, das wird... Gesichter und Gesichter! Fertischen Bridge! Dragon wurde ausgeschaltet. Red law offline! Red law offline! Er hat eine Drohne erwischt! Nein! Drohne! Dragon festgestellt! Verdammt! Rattler getroffen! Mamba offline! Dragon zerstört! Die Drohne, Telemetrie, auf Lein! Durch eine Sache mit dem... Mit dem Hack. Sehr, sehr schöne Sache. Oder mit dem Virus. Die Drohne, eine kontrollierte Explosion auslösen. So, Pinguin. Der Pinguin hält Nightwing im Amatek-Gebäude in Otisburg gefangen. Halb bedürftig. Ich bin unterwegs. Ohne die Karre ist Batman ein nichts. Ja, aber da ist ein kleiner Fehler in deiner Logik. Er hat die Karre. Ich meine ja, wenn er sie nicht sieht, den Pinguin war sich sicher, dass Batman auftauchen würde. Wieso? Was liegt unten gefesselt rum und wird tüchtig vermöbelt? Ach klar, Nightwing. Ich frag mich, wie's bei dem aussieht. Ah, die jungen Leute vertragen sowas. Ziemlich abgebrühter Mistkerl, was? Er hatte es noch nie mit dem Pinguin zu tun. Dachte, er könnte es allein mit dem Boss aufnehmen. Was für ein Penner! Er hat sich... Er hat so ein Batman ist hier! Er hat so ein Batman ist hier! Entspannt. Ich will das wie ihn bekämpfen. Ganz egal, wo er sich aufhält. Der Freak ist wahrscheinlich da draußen und beobachtet uns. Auf sowas steht der. Ich lass nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Das ist mal klar. Nur noch das hier aussitzen und das Geld gehört mir. Oh man. Haben wir die Stimme vom Pinguin? Ich lass nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Das ist mal klar. Nee. Ich hoffe, Nightwings Zähne fliegen im Hohenbogen. Der Freak ist wahrscheinlich da draußen und beobachtet uns. Auf sowas steht der. Die Fledermaus hat keine Chance, an mir vorbeizukommen. Das ist nicht so besiegt. Der Kartoffel wurde auch immer in der Hohenbogen. Der Aufzugsschacht sollte mir Zugang zum Rest des Gebäudes schaffen. Wirklich retten, oder? Du solltest das lassen. Wenn er einfach auf eigene Faust loszieht, hat er es verdient. Er respektiert dich nicht. Bats, hat er nie. Wie gefällt dir das, Nightwing? So viele Fieslinge, und du kannst nichts dagegen tun. Ja, Fette ist fristig von innen auf. Hat heute nicht so viel Energie mit Meden? Was ich später noch brauche? So kommt jeder schlau zum Keller. Du wirst hier verrecken. Gibt nichts schöneres, als Batman 2 in einer Reihe zu auf. Ja, er wird sich nicht wiedererkennen, wenn wir mit dir fertig sind. Spüre ich da etwa ein Seligem? Ihr Jungs solltet euch ausgewogener ernähren. Du wirst dich wohl für lustig. Was für eine witzige Überraschung. Hey, ganz locker. Der Boss will den hier selber erledigen. Hörst du das, Nightwing? Wir lassen dich noch ein kleines bisschen länger leben. Noch mehr geistreiche Konversation. Tja, klasse. Darf ich ihn nochmal schlagen? Hey, was hab ich gerade gesagt? Ich weiß, der Boss will ihn leben. Aber sein Gesicht... Einfach zum Reinschlagen! Da, los! Das wird einfach nicht. Los, wo er gerade wieder ist. Da, los! Was ist denn der Bat-Camp? So, wo ist Pinguin hin? Wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Schätze mal, der ist abgehauen. Ist das nicht gemütlich? Auf den hier solltest du aufpassen, Batman. Er ist ein bisschen zu leichtsinnig. Komm näher und ich zeig dir den Inhalt seines Schädels. Hey, Oz. Weißt du noch die fliegenden Grayson's? Fliegen wer? Was fasselst du? Die fliegenden Grayson's. Die besten Akrobaten der Welt. Halt die klappe, die Tunte. Wann immer sie im Zirkus auftraten, brachten sie die Luft zum Vibrieren. Schnauze, sag ich. Sie hatten ein besonderes Kunststück, das hat einem den Atem geraubt. Der nächste Atemzug wird ein letzter sein, Junge. Sag also schon mal lebewohl. Hörst du das, Batman? Du wirst dir wünschen, dich nie mit mir angelegt zu haben. Niemand bestiehlt den Pinguin. Niemand. Du hast mich einmal zu oft bestohlen. Vielleicht gefällt dir ja das Gelaber, Batman. Mir nicht. Vielleicht denkt er, ich zieh's nicht durch. Ist das so, Batman? Nein! Stopp! Ja! Warte! Was da? Ich schwör bei Gott, töte mich lieber, Batman! Sonst bringe ich dich um! Ich werde... Weißt du, genau das wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Ist bei dir alles okay? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf. Nichts hält dich auf. Beschütze, Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß. Wir werden wehmütig. Ich bin nicht. Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Rate. Nein. Nein. Die gehören mir. Du kannst sie als Altmetall verkaufen, wenn du jemals rauskaufst. Ohne deine kleinen Helfer bist du ein Nichts. Ich hätte die fast geackt. Was ist denn los? Hast du Angst? Du hast die Wahl, Cobblepot. GCPD oder Leichenschauhaus. Hehehehe. Leere Drohungen in Badminton. Jeder weiß, dass du nie tötest. Ich bin heute nicht ganz der Alte. Hehehe. Ich bin mir sicher, dass du dich morgen besser führst. Eine geruhsame Nacht kann Wunder wirken. Also so schön, wie die Sidequests trotzdem auf die Story passen. Und nicht einfach Sidequests sind. Bewegung, Cobblepot. Immer mit der Ruhe, ich komme. Hey Boss, da sind sie ja. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ohne sie war es nicht das Gleiche. Siehst du das, Batman? Das ist Treue. Du musst stolz sein. Ich hätte Scarecrow schon vor langem sagen sollen, dass es ein großer Fehler ist, dich ins Spiel zu bringen. Pass auf, was du sagst, Oswald. Wir befinden uns jetzt auf der gleichen Seite der Gitter. Lass dich nicht täuschen, Bats. Unter dieser mickigen, fetten, diebischen Schale steckt ein trauriger kleiner Teddy, der nur raus will. 71%. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Vielen Dank.